Ja, gut. Das ist beides nicht sehr gut, wenn ich das mal sagen darf, dass ach, das kommt von hier oben, oder was? Als ob einer so mit den Fingernägel meiner Tür kratzt. Okay, damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet? Alter! Mach doch nicht so was mit mir! Alter, ich habe voll die Gänsehaut, warum spiele ich das jetzt hier? Hilfe, Hilfe! Oh Gott, ich habe gedacht, nimm sie das mal auf, jetzt hier eine neue Runde und spiele es weiter. Ich bin weg, ciao. Immer, was? Imagination ist die einzige Waffe im Krieg gegen die Realität. Imagination, also Imagination ist die einzige Waffe im Krieg gegen die Realität. Draußen ist Gewitter. Gewitter! Taschlampe bringt gar nichts, ist gut. Und Ich frage mich, ob... Was ist das hinter dir? Will ich das wissen? Nichts, da ist nichts als Dunkelheit. Ich frage, was wollte ich gesagt haben? Ähm, ich lüfte mal. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das... Wird das eine Vollversion? Ist das einfach nur so ein Spiel, was so bleibt? Alter, ist das lo... Ähm. Ja. Okay. Old Toy, ich weiß gar nicht, wo ich das hintun soll. Ich hab wieder Zeit für irgendwas. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, da geht's ja noch weiter. Warum sind Waffen im Schlafzimmer des Kindes? Ich... Oder im Kinderzimmer? Ich... Da ist eine Notiz. Umschalten. Eines der schlimmsten Dinge, die ich im Krieg miterlebt habe, war, als wir zum diesem Psychiaterarzt gefahren sind, mussten, wir in seinem Zimmer gehen mussten, wo er mit Menschen experimentierte, der diesen verdammten Kühlschrank vor uns öffnete. Der Geruch war unerträglich, voller menschlicher Teile darin, Gläser voller eingelegter Augen, sicherlich eines meiner größten Traumata. Ich möchte mich nicht einmal an die Leute erinnern, die er da auf den Tisch gelegen hat. Äh, ja. Ich kann es nicht ertragen, darüber zu reden. Ich hielt mich zurück, damit ich mich nicht sofort übergeben musste. Das klingt doch einladend. Kann ich das wieder... Okay. Du hast die Tür verlassen. Okay. Ich hab die... Oh, Alter. Okay, das wird so langsam. Alter. Ich hab die Tür offen gelassen. Ja, ist doch schön. Soll ich sie vielleicht zumachen? Ich hab ein Kinderspielzeug. Ich geh mal. Tschüss. Ich düse. Die Uhr läuft wieder um... Ich bin weg. Ich kündige. So. Das, ähm... Das war's noch nicht. Ich will auf. Hallo, ich hab den... Hallo, ich hab den Vertrag hier unterschrieben. Ich möchte nicht mehr. Das reicht mir. Danke. Wie gut, dass die Taschenlampe einfach gar nichts bringt. Alle Kriege sind Bürgerkriege, denn alle Menschen sind Brüder. Fran... Franz... Was? Frank- Kois... Fennelon. Mhm. Ähm. Ich bewege mich kein Stück. Der schwebt. Ich bin doch nicht bescheuert und geh da hin. Äh, da kannst du knicken. Ich geh nicht da hin. Nee. Nee. Nö. Nö. Shit! Klinger! Hör auf mich! Er hat gesagt, ich soll ihm helfen. Oh. Ich glaub, das war nicht richtig. Nö, ich geh da nicht hin. Ich lass ihn brennen. Das ist ja eine Erinnerung aus dem Krieg, ne? Hat da jemanden verbrennen sehen? Kann das sein? Genau, Krieg ist das, was passiert, wenn die Sprache versagt. Das hatten wir schon mal. Aber kann das sein, dass er... Das sind ja Krieg-Traumas, die er hat, ne? Oder die wir haben. Ist schon irgendwie cool, aber ich werd da nicht hingehen. Ich bleib jetzt einfach hier stehen und warte. Oder müssen wir ins Zimmer? Nee, ich kann die Tür nicht aufmachen. Ich guck jetzt einfach zu. So. Klinger! Hör auf mich! Ähm, der kommt näher? Ähm, der kommt näher? Ähm, der kommt näher? Vinnie Cortez! Ja, cool! Das war's gewesen! Alter! Einfach warten! Jetzt geht die Tür auf. Doch, schon vorbei. Krass! Hm. Unwirklich technisch. Hm. Aber ein cooles Spiel, muss ich sagen. Gut, die Schreckmomente waren ein bisschen viel nachher. Aber, okay. Richtig cool, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das, äh, ja. Die Erfahrung wird bald fortsetzen. Ui, 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 ui. Also wird's da doch ne Vollversion von geben. Machen Sie dies, was passiert? Helfen Sie uns, äh, Projekt zu finanzieren. Okay. Wie cool. Help us! Hat der gerade gesagt. Help us! Mann, jetzt ist das so kurz. Das reicht doch niemals für ne ganze Folge. Das sind sieben Minuten. Das ist das. Oder acht Minuten. Ja. Das war... Huch, wo ist das? Minuten? Ähm. Das war doch da. EXP. War Trauma. Könnt ihr selber spielen. Auf Steam gibt's die Demo. Ist Demo 06. Kann man über Patreon anscheinend unterstützen. Ähm. Finde ich ganz cool. Bin echt gespannt, was da draus wird. Ähm. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ich guck mal hier. Wo haben wir's denn da? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten... Video irgendwann wieder. Und, ähm... Schauen wir mal. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.